Hallo liebe Kinder, heute ist ja der Nikolaustag, also herzlich willkommen zu Fridolins Homeoffice am Nikolaustag. Wisst ihr überhaupt eigentlich, wer dieser Herr Nikolaus war? Also ich kenne den Nikolaus ja persönlich. Bevor ich hier meinen YouTube-Kanal gestartet habe, da habe ich nämlich als Packesel gearbeitet und mein Chef war Bischof Nikolaus. Wobei damals war Nikolaus noch gar kein Bischof. Er war ein reicher junger Mann und ich war damals auch schon bei ihm und ich war sein bester und treuster Begleiter. Nikolaus lebte in einem prächtigen Haus und konnte sich viel leisten. Er war wirklich reich und ich lebte in einem großen warmen Stall und hatte immer genügend leckeres Heu und Stroh. In der Nähe, da stand ein altes, nicht mehr so schönes Haus. Darin wohnte ein Mann mit seinen drei Töchtern. Eines Tages sind wir an diesem Haus vorbeigegangen. Da haben wir gehört, wie der Vater zu seinen drei Töchtern sagte, ich weiß, dass ihr gerade heiraten möchtet. Ihr könnt aber nicht, weil ich kein Geld habe. Und dann sagte die jüngste Tochter, Vater, du kannst mich ja als Sklavin oder Dienstmarkt verkaufen. Dann können wenigstens die anderen beiden Schwestern heiraten. Der Vater war da richtig erschrocken, Kinder. Das habe ich richtig gesehen. Und auch wir waren erschrocken, der Nikolaus und ich, als wir das gehört haben. Und für den Vater kam das gar nicht in Frage. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht, über das, was ich gehört und gesehen hatte. Und ich wusste, wir müssen denen unbedingt helfen. Und wisst ihr was? Da haben wir einfach einen Plan geschmiedet. Nikolaus hat ein Säckchen geholt und lauter Goldmünzen da reingepackt. Und dieses Päckchen haben wir dann der Familie heimlich in die Wohnung geworfen. Ich sage euch, haben die sich gefreut am nächsten Morgen. Die älteste Tochter ist durch die Wohnung gesprungen und hat gerufen, jetzt kann ich endlich heiraten. In der nächsten Nacht haben wir dann noch ein Säckchen heimlich in die Wohnung geworfen. Und auch die zweite Tochter konnte heiraten. Und in der dritten Nacht haben wir wieder ein Säckchen heimlich in die Wohnung geworfen. Und jetzt konnten alle drei Töchter heiraten. Und sie mussten sich keine Sorgen mehr machen um Geld. Ja, Nikolaus, der machte sich nicht viel aufs Geld und er verschenkte sein ganzes Vermögen an die Armen. Und dann wurde er zum Priester geweiht und wurde später auch Bischof. Und jedes Jahr am 5. und 6. Dezember denken wir an meinen alten Chef, den Nikolaus. Und daran, was er alles Gutes getan hat. Und manchmal tun wir uns dann auch gegenseitig Gutes. So, liebe Kinder, jetzt muss ich aber gleich mal rausschauen, ob vielleicht in meinen vier Stiefeln auch ein kleines Stückchen Schokolade oder Goldmünzen drin sind. Tschüss. Schön war es mit euch Kinder. Bis bald. Tschüss.